Fähren zu werden? Das ist eine interessante Frage. Tierqualerei ist eine Wirklichkeit. Die Lebensmittelindustrie beutet und missbraucht Tiere. Kunstdurfe zerstören unsere Umwelt. Die Wälder der Welt leiden. Die Leute wollen, dass sich das ändert. Aber wenn dieser Trend gefördert wird, gehört es nicht nur zu einer moralisch korrekten Idee, sondern auch zu einer modernen Erscheinung. Ist Färanismus realistisch? Färanismus ist eine idealistische und unmögliche Theorie. Es ist unmöglich, in einem entwickelten Land vegan zu leben, es sei denn, sie sind reich. Färanismus ist ein Erwerbsgeschäft geworden. Nur wenige können sich den Preis eines veganen Lebens leisten. Der Markt nutzt den guten Willen der Menschen. Dieser Trend wird von Tag zu Tag großer. Es gibt viele Arten von Argumenten, warum man vegan werden, aber nicht alle entsprechen der Realität. Wenn sie aufhören, tierische Produkte zu konsumieren, erhalten sie nichts, solange es Menschen gibt, die dies tun, weil sie nicht wollen oder weil sie kein Geld haben. Ebenfalls, es ist interessant, wie sich dieser Trend nur in Industrieländern entwickelt. Um eine bessere Welt aufzubauen, müssen wir daher unsere Perspektive ändern. Amen. Amen.